Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JfD Devisenradar am 15. März Mittwoch. Es grüßt Sie Chris Kemmerer mit dem Blick auf die Devisenmärkte bzw. dem Devisenmarkt. Wir wollen uns nämlich heute nicht zweierlei Paaren widmen, sondern nur den Euro gegenüber dem Austral-Dollar mal in den Fokus nehmen, den wir auch in der letzten Woche schon mal auf dem Radar hatten. Sie sehen es auch hier mit dem Blick auf den Tagesschart. Ich werde Ihnen das gleich noch mal ein Stück weit näher bringen. Ansonsten einfach mal in der Historie nachschauen, als wir dann in der vergangenen Woche den Euro gegenüber dem Austral-Dollar gecovert hatten. Ist wie gesagt ein Thema, gerade im Sinne eines möglichen Short-Setups. Wir hatten ja am vergangenen Freitag da die, auch das wurde gestern schon angesprochen, die Intentionen seitens der EZB und möglicher Veränderungen der Zinspolitik oder auch Rückruderung in Sachen Anleihe, Kaufprogramm und dergleichen. Das beflügelte den Euro nur kurzfristig, wie wir gesehen haben. Und insofern könnte der Euro jetzt durchaus wieder ein Stück weit in eine schwächere Phase eintreten. Speziell Euro-Austral-Dollar erscheint eben hier sehr, sehr interessant. Und insofern startet hier möglicherweise ein Short-Setup, beziehungsweise ist schon gestartet. Und das wollen wir uns gleich mal angucken. Denn mit kommendem Montag ergibt sich hier auch ein schönes Seasonal-Pattern, wo man einfach mal den Finger in die Wunde legen kann, auf gut Deutsch. Und jetzt schauen wir uns das mal hier im Tagesschartintervall an. Wir hatten unlängst den Rücklauf gesehen vom Euro gegenüber dem Austral-Dollar. Hier schön abgewiesen im Bereich 1,42 knapp. Das war früher mal ein Unterstützungszoner. Hier Horizontalbereich, sehr schön definierbar. Chart-technisch eine Glanzleistung. Und dann letztlich aber hier von diesem Level ging es nicht signifikant nach oben. Es wurden Tiefs markiert. Und dann final der Spike nach unten am 22.02. mit einem Low bei 1,36,08. Genau hier der Tiefpunkt markiert. Und seitdem schob sich das Währungspaar wieder nach oben. Und wir hatten auch unlängst hier ein Short-Setup mal kreiert mit dem oder der Möglichkeit, hier am 38er-Level, 50er-Level und 61er-Level mögliche Short-Engagements zu starten. Man sieht hier sehr schön, dass es durchaus zweckmäßig sein kann, zu positionieren, beziehungsweise hier gestaffelte Orders in den Markt zu streuen. Die letzte Einschätzung war dann, okay, der Markt scheint hier eine gewisse Übertreibung fahren zu wollen und eben dieses frühere Unterstützungslevel, jetzt eben hier rot, Widerstandsbereich nochmals ansteuern zu wollen. Knapp unter 1,42 und mit dem Hoch vom 13.03. bei 1,51,85. Und hier 1,81,81 am 10.03. wurde im Prinzip dieses Level dann auch schon bestätigt. Und ja, jetzt seit Wochenbeginn sehen wir hier fallende Preise. Sie sehen es an diesem Tendenzfall, genau das war die Annahme, dass der Markt hier praktisch ein Stück weit zurückrudert und hier seine Tiefs ansteuert, die im Februar markiert wurden. Charttechnisch ist das, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Das Short-Setup ist im Prinzip schon angelaufen. Mögliche Erholungsimpulse bleiben aktuell dennoch interessant, hier auf der Short-Seite zu spielen. Soll heißen, wenn der Euro hier nochmal versucht, ein Stück weit nach oben zu kommen, alles unterhalb von 1,42 hoch, hoch interessant für mögliche Short-Engagements. Das spricht auch, wir schauen mal auf die kommenden 40 Tage in Sachen der Saisonalität, hier kurz den Spike nach oben, rein seasonal betrachtet. Und dann geht es aber im Prinzip doch schon sehr, sehr scharf bis zum Monatsende gen Süden. April ein Stück weit zäh, aber eben hier die kurzfristige Abwärtswelle. Nach einer möglichen Erholung könnte man hier durchaus spielen. Das sieht ganz interessant aus. Die Frage ist eben, ob es geschieht, ob das Währungspaar hier uns nochmal den Gefallen tut, nach oben aufzudrehen. Wäre wie gesagt eine schöne Short-Möglichkeit, denn das übergeordnete Bild bleibt schwach. Es ist davon auszugehen, dass wir neue Tiefs machen, entweder mit einem möglichen Erholungsimpuls oder aber eben auch direkt hier nach unten laufen. Das will ich mal hier so skizzieren mit dem blauen Tendenzfall, falls es keine Erholung gibt, dass man praktisch hier den direkten Move nach unten sieht. Nach oben ganz klar, das Level von 1,42, Schrägstrich 1,42, 91, das Hoch hier von Anfang Februar bleibt. Ein Level, welches nicht überwunden werden sollte, um dem Short-Seller hier die weiteren Vorteile zu gebieten. Sollte er darüber rausgehen, das skiziere ich hier gerade mal an dem grauen Pfeil, dann ist es möglich, dass der Euro gegenüber dem Austral-Dollar weiter auftritt. Passt aber wie gesagt überhaupt nicht in das aktuelle Bild. Wir haben hier definitiv seit 2015 schon hier einen ganz klaren intakten Abwärtstrend, der sich hier grundsätzlich weiter fortsetzen sollte. Und man achte gerade, wenn ich jetzt mal den größeren Chart so rate, jetzt hier auf dieses Support-Level um 1,37, 20, 1,37, 50. Diese Horizontalzone, die wurde im Februar, wie gesagt, schon unterschritten. Und wenn wir da nochmal drunter gehen, wird es wirklich bitterlich. So, jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf das große Chart-Bild. Da sehen wir auch den Abwärtstrend hier in mehreren Ebenen. Einmal hier einen schönen Abwärtstrend-Kanal seit Sommer 2016. Schön eingefangen, das Währungspaar. Und dann hier das übergeordnete Bild aus 2015 heraus. Und wenn man da noch weiter zurückgeht, sehen wir hier, dass das hier nicht gerade von Stärke strotzt, das Währungspaar, beziehungsweise vielmehr der Euro gegenüber dem Austral-Dollar. Und das lässt eben vermuten, dass wir hier durchaus noch nicht fertig sind. Ich sprach auch an, oder auch in dem Header war zu sehen, dass wir hier Seasonal durchaus auch eine interessante Phase haben. Soll heißen, wenn wir jetzt kurzfristig, heute Morgen, übermorgen, im Laufe der Woche eben nochmal eine Erholung sehen, dann Obacht geben, meine lieben Zuschauer. Wir schauen mal in die Zukunft hier ab 20.03. Da gibt sich ein Short-Set ab beim Euro-Austral-Dollar, was Seasonal hier schon eingefangen wurde im Rückblick der letzten 22 Jahre. Und der ergab sich, das ist ganz interessant, ich zeige Ihnen die Stats, hier im Prinzip eine Trefferquote von rund 82 Prozent, sprich 18 Gewinner während 22 Verlaufsjahren und 4 Verlierer. Das ist schon mal eine ganz anständige Statistik, die eben hier mutmaßen lässt, dass der Euro gegenüber dem Austral-Dollar neben dem charttechnischen Bias, der hier schon für Shorts einlädt, in jedem Falle in Kürze nochmal eine Schwäche erfahren dürfte. Das rein statistisch. Wie gesagt, hier wiederholt sich natürlich ein gewisser Zyklus, der nicht dafür spricht, dass das passieren muss. Aber die Wahrscheinlichkeit ist statistisch gegeben. Und hier sehen wir den Performance-Chart aufbereitet, sozusagen hier summiert die Ergebnisse seit den 90ern. Und das spricht im Prinzip dafür, dass wir hier einen sehr, sehr schönen Flow haben. Interessant dabei aber, dass die letzten zwei Jahre, 2016, 2015, mit, und Sie sehen es auch hier im Performance-Chart, im Prinzip einer nicht vorhandenen Änderung zuschlugen. Hier minimaler Verlust 2015, minimaler Gewinn 2016. Jetzt stellt sich die Frage, was passiert 2017? Grundsätzlich bleibt der Euro gegenüber dem Austral-Dollar hier interessant für ein Short-Pattern. Was dann, und dann gehen wir nochmal kurz oben auf die Rahmendaten, was hier für einen durchschnittlichen Gewinn spricht im Bereich 340 Pips. Das ist eine Hausnummer. Also, da kann ein Stück weit was nach unten gehen. Gerade jetzt hier vom Level von 1,40 ausgehend, 1,41 ausgehend, sind die Tiefs hier bei 1,37,50, 1,36,20 roundabout durchaus rein statistisch auch erreichbar. Das heißt, die blauen Pfeile genießen hier eine hohe Relevanz und es scheint so, als könnte man hier auf einen Short-Move aufspringen. Klar ist aber natürlich, liebe Zuschauer, ihr müsst wissen, selbstverantwortlich zu sein. Das ist hier eine reine Information. Ihr habt das vorhin am Risiko hinweis gesehen. Letztlich ist jeder selbstverantwortlich und ihr müsst wissen, dass ihr natürlich hier am Markt immer mit gewissen Risiken spielt und dass es die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit eines Treffers niemals geben wird. Ansonsten vertraut euch dem richtigen Broker an. Darum prüftet, wer sich ewig bindet. Ihr wisst, Euro ist 3 Dollar. Wenn ihr über JFD geht, habt ihr den Interbanken-Zugang. Das heißt, keine Spielereien, keine Casino-Tricksereien, sondern den direkten Spotmarkt, den Live-Preis und rumtestet uns einfach. Das ist eben das einzig Wahre. Gut, dann würde ich jetzt eigentlich so langsam zum Ende kommen, liebe Zuschauer. Nachher kommt noch der Jens, der heute hier zu Gast ist im Office Ludwigsburg mit seinem Morning-Meeting auf unserem JFD-Desktop. Und ansonsten heute Nachmittag, 15 bis 16 Uhr, ihr wisst Bescheid, haben wir unser JFD-Devisen-Radar-Webinar. Da schauen wir auch noch mal quer über den Globus auf andere Währungspaare. Und ja, insofern verabschiede ich mich erst mal mit den besten Grüßen, wünsche euch viel Erfolg beim Trading, euer Chris Kammerer, auf bald und tschüss.